Musik Das ganz Besondere an diesem Projekt ist, dass es ein Fliegen außerhalb der menschlichen Sichtweite eines Steuerers ist. Das ist etwas, was es in dieser Form in Europa noch nicht gegeben hat. Musik Das ist ein Fliegen außerhalb der menschlichen Sichtweite. Musik 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 Was wir zeigen wollen, ist es eben, dass es möglich ist, mit dieser Technologie schwer erreichbare Gebiete mit dem Paketkopter zu erreichen und ebenso auch das Thema Notfallversorgung, zum Beispiel eilige Arzneimittel, eben auch sicherzustellen. Musik Wir von DHL sind grundsätzlich natürlich daran interessiert, Grundversorgung zu betreiben. Wir wollen alle Menschen in Deutschland erreichen können und je schneller wir das können, desto besser. Musik 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 Musik